Am Montag ist WM-Fahrer Thorgan Hazard als letzter Spieler in die Vorbereitung von Borussia Mönchengladbach eingestiegen. Ob er die Saison bei bei den Fohlen verbringen wird, ist aber noch nicht gänzlich geklärt. Für den Moment bin ich da und in meinem Kopf ist, dass ich bleibe und für Borussia spiele. Aber im Fußball weißt du nie, was kommt, sagte der belgische Nationalspieler.Bei den verantwortlichen Gegnern allerdings